Salam alaikum meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababinin und alle anderen, die sich jetzt hier auf diesem Kanal fiert haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video hier gönnen. Freunde, wir reagieren heute auf Mero mit Elif. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Song, Alter. Ich glaube, die Kombo hat man zusammen noch nie gehört. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich muss sagen, Mero hat ja auch gemeinsam mit dem Song quasi sein Album gedroppt. Und ich muss auch sagen, Alter, Elif ist wirklich jemand. Und umso öfter ich die Stimme höre, umso mehr werde ich Fan von der Stimme, so. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video, Alter. Let's go. Okay, bevor wir jetzt hier rein starten, wir hatten jetzt hier die ganzen Producer-Tags, Alter. Wir hatten ein Frio Young Mesh hatten wir. Wen hatten wir noch? Judy? Sonam Productions. Genau, Sonam Productions hat das Video gemacht. Wir schauen mal eben rein. Genau, Judy, Young Mesh und Frio und Kairi, genau. Und Mix und Master wieder bei Gökhan Güllert. Sehr, sehr starke Produzenten wieder am Start, Alter. Aber die standardmäßigen Mero-Produzenten, würde ich mal so sagen, ne? Das Ding ist, Mero probiert jetzt ein bisschen so einen neuen Look aus mit Bart und so, ne? Vorher war der immer mehr Babyface, jetzt so auf Dezent und Bart. Stimmt natürlich. Er entwickelt sich sowohl musikalisch in seinen Songs immer weiter, aber auch vom Aussehen her. Er kommt viel erwachsener rüber, wenn man das so sagen kann, finde ich. Wir gucken. Okay, was sagst du ein bisschen? Der kann unglaublich gut singen, wirklich. Es fängt sehr, sehr nice an, Alter. Und das zeigt auch einfach wieder, wie krass talentiert der Bruder ist. Weißt du, was ich meine? Und das zeigt auch halt einfach wieder, wie er sich steigert. Weißt du? Also ich finde, bei einem Mero kann man schon wirklich sehr, sehr gut momentan sehen, wie er sich von Track zu Track einfach steigert, so. Und das finde ich nice. Oh, dieser Switch war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön kam dieser Switch, Alter. Erstmal so ganz ruhig, dann kam so ein Beat-Drop, Alter. Der Beat wurde so ein bisschen schneller und Mero mit dem Beat, der Flow hat sich verändert. Sehr, sehr schön, Alter. Gefällt mir richtig gut ein bisschen. Und ich finde, bei Mero hat man auch so ein bisschen so ein Ohrwurm-Potenzial, so. Der Übergang war auch extrem clean, abgemischt. Übertrieben geil. Sehr schön. Ich finde auch, Mero kann wirklich sehr, sehr schön so, natürlich kann er sehr gut rappen, ne? Aber dadurch, dass er diese Wörter immer so schön langzieht mit dieser orientalischen Stimme, kommt es so krass gesanglich rüber. Es ist unglaublich, dieser Mischmasch quasi aus Rap und Gesang, das kommt so nice bei dem Bruder. Das kann er wirklich extrem gut. Absolut geil. Boah, was ist das für ein Part? Unglaublich. Ey, dieser Part hat so viele Switches, so viele Beat-Drops, das ist sehr, sehr nice. So viele Flow-Wechsel sind drin, sehr stark. Das macht er mal in letzter Zeit öfter. Der hat hier, wie heißt das, Ben-Elimi-San-Averdim. In dem Track hatte der ja auf Deutsch, auf Türkisch und ich glaube auch Kurdisch oder? Ne, kurdisch nicht. Ich glaube, das war Türkisch und Deutsch. Das war Türkisch und Deutsch, aber trotzdem geil. So. Da hat er zwei Sprachen ausprobiert, hier zwei, drei verschiedene Flow-Arten, voll krass, wirklich. Absolut. Ich kämpfe mich fort zum Brandherd, hab alles gegeben, die Stimme in mir verlangt mehr. Es gibt viele Sachen, die man nicht für Geld bekommt. Doch die Mios helfen schon, hab keine Ruhe seit dem ersten Song. Boah, sehr stark, sehr, sehr stark, Alter. Vor allem auch lyrisch sehr, sehr stark, weißt du, was ich meine? Ich muss sagen, man sieht hier wirklich in diesem Song, muss man schon wirklich sagen, man sieht es sehr, sehr deutlich in diesem Song, wie Meadow sich einfach steigert, weißt du, was ich meine? Vor ein, zwei Jahren hätte man bei Meadow noch gesagt, okay, der bedient so wirklich so die jüngere Generation, die Kinder so, wenn man so sagen kann, Alter. Aber jetzt wirklich, muss man schon sagen, selbst ich würde den Bruder hören, weißt du, was ich meine? Janne, dieser Song landet gleich in der Playlist, du weißt, was ich meine? So, er holt mich immer mehr ab und ich finde, er entwickelt sich immer weiter. Das stimmt. Und er macht alles richtig, Alter, das ist sehr, sehr stark und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie jetzt gleich Elif hier reinkommt. Ich glaube, das wird hammermäßig, Alter. Nichts mehr von dir hören, dieses Leben macht mich krank, ja verdammt, ich bin abgetönt, ich verstehe, da nicht wie die Zeit ergeht und denke gerne meine Kindheit. Oh, schön. Hast du mitbekommen? Ja, ja. Jetzt so langsam kommt Elif rein, ne, so auf ganz, ganz dezent. Beide zusammen so. Ja, ich glaube gar nicht, wenn man das jetzt so mit Boxen hören würde, würde man es gar nicht hören. Ich glaube, nur mit Kopfhörern hört man es raus. Ganz, ganz dezent, so Elifs Stimme ist ganz im Hintergrund. Ich glaube, die wird jetzt immer lauter und Meadows Stimme klingt ab, so dass Elif gleich ihren Part beginnt. Das ist richtig, richtig schön gemacht, Digga. So war das auch bei Desolée mit Nemo. Ja. Da war das genauso. Stimmt. Oh. Ey, diese Stimmen unterscheiden sich nicht krass, okay? In der Hook unterscheiden die Stimmen sich nicht so heftig, die heben sich nicht voneinander ab. Also wenn du wirklich nicht darauf achtest, dann hörst du nicht diesen Unterschied zwischen Meadows Stimme und Elifs Stimme. So. Aber ich muss sagen, das kommt schon mies geil, wenn du darauf achtest. Unnormal. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon ein Kontrast drin, aber nicht so ein krasser. Und das kommt schon, es ist anders. Ja. Weißt du, sehr, sehr nice. Ich verstehe, kann ich wie die Zeit vergeht und denke gerne an meine Kindheit. Unterwegs. Oh. Und mittlerweile habe ich selber mit mir Mitleid. Oh, schön, Alter. Vor allem dieses Unterwegs, wie Elif hochgeht. Ich muss sagen, immer wenn ich Elifs Songs höre, ich habe in der Regel immer Gänsehaut. Das ist eigentlich standardmäßig bei ihr. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Part und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Mero und Elif auf einem Song, das müsste eigentlich knallen. Früher nichts, heute kennen sie mich. Alles 180 grad gedreht. Von dem Dunkelheit hoch ins Licht. Ich danke Gott dafür, dass ich noch lebe. Oh, okay. Alter, einzigartige Stimme, ne? Ja, absolut, Alter. Und diese Textpassage hatte Mero in seinem Part auch drin. Ich danke Gott, dass ich noch lebe. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Ich weiß nicht mal, wie das hier geht. Trau' nur zur Realität. Sonne entgegen im Cabriolet. Doch ich schwöre, irgendwas fehlt. Oh, stark. Echt stark. Die beiden haben sich auch aufeinander abgestimmt. Weißt du, was ich meine? So vom Flow her ist Elif jetzt gar nicht mal so anders als bei Mero. Also wir haben auch hier so sehr schöne Beat Drums drin, Alter. Und auch der Flow-Switch ist auch sehr, sehr nice, Alter. Und ich finde auch, bei Elif beginnt's ruhig. Dann geht's schneller. Dann wird's wieder ruhig. Das ist sehr, sehr nice gemacht, Alter. Hopp, jetzt geh ich für die Promo. Doch immer noch keine Liebe. No, no. Oh. Das Beschluss. Ich für mich. Das ist mehr von dir hören. Okay. Bruder, zu krass. Ich muss sagen, der Part von Elif war schon sehr, sehr stark. Vor allem am Ende, wo sie so wirklich in die Höhe geht. Das Besondere bei ihr ist wirklich, sie hat so eine dunkle Stimme. Ja. Aber wirklich, sie trifft so hohe Töne. Das ist unglaublich krass bei ihr. Das ist, ne? Boah, der Part war unglaublich gut, ey. Unglaublich gut, aber zu kurz, finde ich. Wirklich, ich hätte es mir noch locker 20 Sekunden länger anhört von ihr, Alter. Boah, die Hook ist sehr schön. Ja, Mann. Die Hook ist nice, die bleibt im Kopf, das ist ein Ohrwurm, Digga. Und ich finde, der Song passt auch voll gut zur Jahreszeit. Das ist doch so ein richtig schöner Song, so für die kalten Tage. Meinst du? Sei mal ehrlich, der passt auch voll gut zum Winter rein. Ich finde schon. Warum? Ich weiß nicht, so, keine Ahnung, der Vibe ist so, so kalt, so, weißt du, was ich meine? So, ohne, dass ich es wirklich negativ meine. Es ist sogar positiv gemeint. Ich finde wirklich, diesen Song kann man sich so im Winter sehr gut hören. Ja, ne, der Vibe macht so, keine Ahnung, so Kuschel-Vibe, so, keine Ahnung, Alter. So, okay? Boah, diese, das ist so nice, ne? Boah, shit. Nice. Ich fand auch von der Mimik, Gestik, waren beide sehr, sehr stark, Alter. Sehr, sehr stark, wirklich. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und mit dem Song, wie gesagt, kam auch das Album von Meadow raus, Freunde. Gönnt euch das Album, Alter. Ich habe noch nicht reingehört, muss ich sagen. Ich bin aber gespannt auf das Album. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal reinhören, weil ich einfach wissen will, was der Bruder einfach an sich getan hat, wie er an sich gearbeitet hat, ob er was Neues ausprobiert mit dem Album, Alter. Schreibt mir gerne mal eure Favorites in die Kommentare, Freunde, welchen Song ich mir auf jeden Fall anhören muss aus dem Album. Und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, Alter. Der Song war eine 10 von 10, muss man sagen. Unglaublich, wirklich, sehr stark beide. Die Kombo war sehr, sehr stark. Ich fand Alice Part wirklich zu kurz für mich. Meadow hat einen mega langen Part, muss man sagen. Aber trotzdem, geiler Track, Alter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Freunde. Und ich hoffe, natürlich, euch hat es auch gefallen. Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall über Trieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Outro